Yo, what's up YouTube? Äh... Ich war gerade einkaufen... Fuck! Rrrrrr! Memme... Max... Skrrrrr! Rrrrrr! Nimmts jetzt noch auf, oder bin ich mir nicht? Sehr gut! Jetzt muss ich aber wieder hinstellen! Ah, ich bin so blöd in meinem Kopf! Uuuuuhhhh! Alright! Äh, ich war einkaufen... Fuck, ich will eigentlich meine Hose um. Ich zieh kurz meine Hose um, warte kurz! Ja, ich war grad einkaufen, wie gesagt, äh... Und... Ich hab einen gekauft... Das ist zu niedrig, glaub ich... Warte mal... Ähm... So, jetzt ist doch gut... So... Ich geh kurz Hände waschen, weil man muss ja Hände waschen, wenn man draußen war... Okay... Sollte passen... Ja, bis gleich... Moment... Okay... Ich war einkaufen... Und ich zeig euch jetzt mal mit den Einkauf... Also... Also... Ist wirklich nur hier drin alles... Voll krass eigentlich... Äh, wir haben hier... Joghurt... Aus... Ohio... Joghurt State... Äh, so Mikado-Verarsche... Ich glaub, die hab ich ein bisschen zerdrückt... Die ist ein bisschen kaputt... Ähm... Ähm... Dann haben wir hier Milchschnitte... So ein Zehnerpack... Dann haben wir hier... Eine Pizza... Mit Mozzarella... Dann haben wir hier... Eine Pizza... Mit Mozzarella... Ähm... Wir haben hier noch Salami... Also... Eine Pizza mit Salami... Dann haben wir hier noch eine Pizza... Mit Salami... Das davor war eine Speziale... Ich wollt's nur für den Witz doppelt machen... Ähm... Ein Lions Energizer... In grün... Dann haben wir hier... Eine Banane... Saft... Wir haben hier... Ein Gößer... Naturradler... Ähm... Wir haben hier... Ein Schanzenbräu... Rotbier... Wir haben hier... Eine Organics Red Bull Cola... Wir haben hier... Ein Rotbier von Schanzenbräu... Wir haben hier... Eine Packung Cola... Äh... Gungelbärchen... Mit... Äh... Kirsche... Äh... Wie heißt das... Dr. Pepper... Dann haben wir hier... Ein Deo... Ne... Das Deo ist eigentlich da drin... Das hab ich nicht gekauft... Das hab ich immer da drin... Ähm... Dann haben wir hier... Ein Rotbier von Schanzenbräu... So... Und hier noch... Ein Stück Schokolade... So... Ja... Das war's... Äh... Nicht... Wir haben hier... Einen anderen... Äh... Bananensaft... Ähm... Dann haben wir hier... Einen... Johannes... Bär Saft... Schwarz... Also... Die dürfen das N-Wort sagen... Wir nicht... Dann haben wir hier... Einen... Fruchtsaftlikör... Mit... Mit Pflaume... Und hier noch eine Bionade mit Holunder... Das war's... Aber ich mein... Also... Das ist schon viel... Okay... Das war... Danke fürs Zuschauen... Ähm... Ich hoffe euch hat's gefallen... Und wir sehen uns im nächsten Video... Haut... Oh... Scheiße drauf... Vielen Dank.